Der Conti RV20 im Einsatz bei Volkswagen. 650 Einheiten des Transporters und PKW T5 rollen täglich vom Band. Permanent müssen schwere Karosserie- und Motorenteile an die Produktionsstraßen transportiert werden. Zuverlässig und schnell. Dafür sorgen über 130 Schlepper und der Conti RV20. Gerade wenn Traktion gefragt ist, zeigt der Conti RV20 seine Überlegenheit. Das gerippte Profil der Lauffläche stellt den permanenten Kontakt zur Bodenoberfläche sicher. Die Detailstudie zeigt, der RV20 mit seiner traktionsoptimierten Gummimischung verzahnt sich perfekt mit den Unebenheiten des Untergrunds. Er hat dadurch deutlich mehr Grip als andere Reifen. Die Zulieferwege vom Materiallager oder vorgelagerten Produktionseinheiten sind oft weit. Die Schlepper müssen die Ladungen mit Geschwindigkeiten bis knapp 20 km pro Stunde bewegen. Der Conti RV20 ist für hohes Tempo gemacht. Seine Lauffläche wurde für ein balanciertes Verhältnis aus Traktion und geringem Rollwiderstand entwickelt. Das senkt auch den Energieverbrauch und damit die Kosten. Der Conti RV20 – wenn es auf Kraft und Tempo ankommt.